Guten Morgen, herzlich willkommen zum neuen Vlog, es ist Donnerstag, heute kommt Willi nach Berlin, weil wir, darf ich das linken, ich weiß noch nicht, wir haben einen Videodreh, Eli kann leider nicht, weil er verletzt ist, Alan ist noch da auf dem Sofa, öh, Alan hat ihn noch gerade auf dem Popo gehauen, Digga, mein Arsch, ich schwöre, das ist so ein Brett, guck mal hier, Willi schläft die Nacht noch bei mir, und nach dem Dreh werden wir auch noch irgendwas machen, Eli ist da, Amar bleibt wahrscheinlich in Berlin, Montes hier, vielleicht treffen wir uns mit denen, keine Ahnung, wenn ihr mal Zeit findet, nee, Digi. Ja, das war das Video, mal gucken, was auch, was dazu kommt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Starter-Pack, 6-jähriger der Fußball-Markt. Secker, das sieht da ekelhaft aus. Hab ich auch probiert, mit Glatze. Erstmal vorne zur Weite, hier auf ekelhaft, schleimig angenehm, dann wird das hoch. So, übrigens wieder meine Haare geschnitten heute. Möchte eigentlich clean sein, schau mal, crispy. Das ist blöd an der Frisur, ich muss wirklich alle zwei, drei Tage schneiden, wenn ich will, dass die okay aussieht, das fackt ab. Und ich will die demnächst färben. Dieses schöne Shirt hier, könnt ihr immer noch vom Ende-Welt-Shop holen. Den nächsten Restock von den ganzen Pieces, von den kurzen Hosen, von ein paar T-Shirts, weil viele sind schon ausverkauft, deswegen wird gerestockt. Könnt gerne in den Shop gehen, gucken, ob was am Start ist, was euch gefällt. Hier ist der Dummkopf, streamt dann noch tagsüber. Weil wir später das Spiel haben bei Delay Sports, da kann ich leider auch nicht hin, weil wir halt den Videodreh haben, ich und Willi. Wenn Bock hat, auf den Link drücken unten, checkt die Seite ab und das Gewinnspiel abchecken, wenn er ein C-Coupé gewinnen will. C-Coupé, 40.000 Euro Auto, kostenlos mitmachen, geht einfach auf Elevate. Wir haben jetzt ein Date bei Dudu. Dudu 31, super. Besser als Zen, by the way. Aber ich red, keine Ahnung. Edi und Wardo sind immer dagegen. Melle und ich sind auf einer Seite. Dieser Dip bei Edamame, super. Einmal den Dudulicious Simon und einmal My Son's Fev oder Crunchy Doodle als Sushi bestellen. Super. Hier haben wir auch letztens Sylvie von Life hat getroffen, sie saß hier. Und zwar drehen wir für Join eine Serie zusammen mit Omar. Ich weiß gar nicht, wer noch kommt. Den Namen dürfen wir noch nicht verraten, aber ihr könnt gespannt sein. Das ist nicht unser Musikvideo, was wir meinten. Unsere EP kommt erst später raus. Marlon vertraut mir nicht, dass das Ding scharf ist. Ich hab gesagt, ich esse nicht, wenn du zahlst. Ich möchte ein bisschen Liebe dir zuliebe. Asiatische Schurten sind unangenehm. Ich bin eine schärfe Experte. Aber ein neues Getränk geht aber nicht. Geht nicht auf mir die Rechnung. Das ist so direkt gekommen, so in mein Halt drin. In zwei Minuten nochmal, wenn es immer noch kräft. Er sagt, es wird immer schlimmer. Das war locker Carolina Reaper. Nicht ganz. Ich frag gleich nach, wie viel Scoville die hatte. Oder was es überhaupt war. Oh mein Gott. Asiatische Chilischoten, Finger weg. Aber die kann man gut immer in die Soßen reinmachen und mischen. Entschuldigung. Entschuldigung. Eine Frage, diese Chili hier, wie viel Scoville hat die? Oder was war das für eine? Chili. Nee. Nee. Nicht ganz normal. Also hui. Das sind so ein bisschen Asiatische. Hast du ja komplett gegessen? Das war nicht so laut. Nee, aber dafür macht der Zahli. Ich schwöre, das ist jetzt schon fünf Minuten her. Es lässt langsam nach, aber mir ist es zu verschwindig geworden. Also so, es benebelt so eigentlich. Ich glaube, wir sind das Krankenhaus gleich schon. So, einmal delicious salmon, Lachs mit Salat, Reis. Super. Schön klein hacken, danach essen. Und Franchiduru mit Guacamole drauf. Ingwer schön mitessen, Leute. Sushi underrated. Für die Leute, die noch nie Sushi gesessen haben. Es sind viele. Ich probier's aus. Was sagt der? Wie geht's im Mund? Das lässt nach, aber noch abweglich. Vielleicht esse ich die auch noch irgendwann. Ja, muss machen. Der Mann dran. Ich probier immer. Ich glaube, ich esse die sonst immer mit. Ja, aber auch mal einzeln. Und nicht so im Essen. Ich probier's nicht. Ich probier's nicht. Ich probier's nicht. Ja, echt der Schärfe-Effekt. Hast du direkt in deinen Rachen? Nichts, was mich stört. Hast du direkt in deinen Rachen drehen, aber? Ich fühl's ein bisschen. Ich stört mich ehrlich nicht. Ja, dann deswegen, weil du's mit Essen gegessen hast. So, wir machen jetzt einen kleinen Verdauungsspaziergang am Kudam. Da war auch das Restaurant hier. Wenn ihr was shoppen wollt, bisschen was cookie-cookie machen wollt. Dann geht's in Philipp Lein. Dann geht's in Philipp Lein. Dann geht's in Philipp Lein. Guter Call. Die Straße ist 1000km angefühlt. Viele Läden und so was. Viele Restaurants. Esste dich in Berlin. Er freut sich grad die ganze Zeit, dass er Haare in seinem Gesicht entdeckt. Dass er bei Vollbart hat und so was. Was ist das an hier? Hast du diese weißen noch so durchsichten? Ein Jahr gibt mir noch ein Jahr. Halbpro. Ja. Heute bekle. Yo, Monte! Na, mein Lieber! Yo, Monte! Was glaubst du? Der klaut! Ich will mal lieber dein Set-Fack, den du dir da gemacht hast. Das ist das. Passiert dem Besten. Malon, Puls. Er ist, glaub ich, der größte Monte-Fan der Welt. Wie warst du das erste Mal? Kontinuus, Kontinuus Seif? Ich hab's eingeschaut. Mit Tanzverbot. Ich war sehr aufgeregt. Ich muss sagen, mein... Digga, hab ich ein Gespräch? Nee. Mit Klee ein Doppelpiece. Mach ein entspanntes Gespräch. Ich muss zusammenreisen. Wir müssen zum Dreh fahren. 19.15 Uhr zu Beginn. Video und so kommt da hin. Und ich zeig euch mal dann. Ich glaub, ich kann am Set auch filmen. Und abends mal schauen, was wir da machen. Monte will unbedingt das Casino, Digga. 28.000 Euro, Digga! Wir haben jetzt grad noch ungefähr 10 Minuten mit Nader geredet. Der war auch hier drin. Was ist denn hier los? Leute, KDW, wenn ihr irgendwelche treffen wollt, ne? KDW, Monte, Tanzverbot, ich, Marlon, Nader. Alle waren drin. Na, der ist sehr korrekt, muss ich sagen. Erstmal, dass wir uns in echt begegnet sind, mäßig. Nur liebe mich drauf. Echt korrekter Typ. Kurz Nachschub geholt. Witterweit. Dazu Wassereis, by the way. Pfirsich. Hier, grün kann mir irgendwo irgendwo... ...rumdochen. Pfirsich, es ist Pfirsich. Witterweit, Pfirsich. Wassereis. Scheiße. Ich hab grad Willi gefahren auf mein Bild. Ich hab grad von uns. Boi, Max, übrigens. Was ist? Einfach das? Ein Messbild. Was ist das denn? Ist gut, ne? Ist gut, ne? Wolltest du das Amar, glaube ich? Ist das Amar? Oder ist das halt der Besitzer von Dinnerbude? Ich weiß noch nicht. Was glaubst du, wer das ist? Das ist Amar. Ich liebe es. Try and make your fame. Warum denn? Wenn du so random bist. Du bist ja. Guck mal an, was ist mit deinen Augen? Digo hat Berlin, wa? Hallo. Digo hat Berlin. Was siehst du denn aus? Hast du noch die Kamera umgedreht? Was ist mit dir? Bist du... Bist du Leslie? Ich glaub, die Frau ruft gleich die Bullen hier. Kannst du aufstehen? Von oben bis in den Winkel. Ja, ja. Komm rein. Jump house. Du bist 1,90m und das Zubo ist in 54m. Ja, das war cool. Das ist ja am Wind. Digga, wir sind gefühlt gleich groß und nur so kleine Füße. Voll süß. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so groß ist mit so kleines Füßen. Das ist aber krass. So ist richtig. So ist okay. Umkleid ist dort, Leute. Ich kenn mich hier aus. Hier bin ich übrigens umgeknickt, Leute. Hier hab ich mich verletzt. An meinen Knöchel. Nachdem ich im Kader war, hab ich mich hier verletzt. Können wir Basketball spielen, bitte? Ich würd dich doch wieder gegen dich geben. Wirst du nicht? Wir können jetzt gleich spielen. Dehnst du dich gerade? Ja. Wie heißt das? Wie heißt das, was alle haben? Wo es gefasert ist? Wo es gefasert ist. Hast du? Da weiß das nicht mehr. Was besser? Ich mach euch da nass. Ihr seid richtig schlecht. Aber man hat Höhenangst. Da oben ist so ein Parkour. Maybe machen wir den? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, was wir machen. Vielmehr sind wir jetzt in der Halle. Kennt ihr aus dem Blog? Ich kenn mich ja auch. Ich kenn alle Regeln auswendig. Und der Mann macht sich so in die Hose. Der hat so einen kleinen Schrimp. Hab ich auch gerade. Hab ich? Ja, was soll ich sagen? So. Wir haben die ganze Halle für uns. Wir haben die ganze Halle für uns. Geil. Aber die hab ich euch schon mal gezeigt. Folkaball. Reaktionsmap. Basketballkorb. Ich lieb sowas. Hier hab ich mich verletzt. Genau dort hinten in der Ecke. Ich wollte hier einen World Warne machen. Was soll ich machen? Max! Wie gut bist du? Wie gut kannst du jumpen, Bruder? Ja! 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 Ich will eine Rückwärtsseite machen. Tim, das wird jetzt cool. Ah! Ah! Hä? Wie kommst du da raus? Guck mal, wie viel das ist. Wer kommt denn jetzt raus? Ja, ja. So geht das. Einmal brutal können hier zwei Leute springen. Was machst du denn da? Oh, Bruder, weißt du wie schwer? Junge, da sind sechsjährige kleine Kinder drin. Die kommen da raus. Hör aus! Das hat gerade drei Minuten gedauert. Was macht man hier? Reinspringen. Das war lustig. Was machst du? Fest. Und, ist das Wasser warm? Ja. Komm mal da reinspringen? Ja. Komm! Ich spring auf keinen Fall. Das ist ein Alptraum. Ey, ich hab übrigens Platzhaxe. Höhe und Platzhaxe. Das ist ja super hier. So ein Paradies hier. Aber ich hab bis jetzt alles hier gemacht, außer diesen Parkour da oben. Komm mal, Max. Siehst du dich da oben? Normalerweise ja. Machs Leitlinkel und hüpfe einmal ganz schnell rüber. Wieso willst du dich so anstrengend? Willst du hüpfen? Soll ich für dich hüpfen? Ja. Hüpf mal. Okay. Okay. Gib mir das Handy mit. Ich hüpfe einmal rüber. Ich hüpfe jetzt, weil Sid will nicht hüpfen. Dann hüpfen wir mal los. Mega gehüpft. Hörbar. Kompliment. Kompliment. Das war schnell, oder? Ultraschnell. Trotz deiner Größe bist du sportlich. Danke. Denkt man nicht. Same bei dir auch. Oh, damn. Ich spring gleich rüber. Ich weiß auch nicht warum. Guck mal. Schon wieder. Komm, schneller ist das. Max ist ultraschnell. Okay. Schnell. Warum bist du so schnell? Ey, du auch schnell, oder? Nee. Wie? Du schubst Willi da rein. Arschloch. That's my boy. You see that? Yeah, you pussy. Ja. Mein zweites Eiskonfekt im Kino, super. Das ist mittlerweile 1 Uhr nachts, ne? Das kommt ja auf Kamera gar nicht rüber. 1 Uhr, guck mal wie der Mann schwitzt. Was denn? Lass mich doch. Ich öle ein bisschen. Wieso riechst du ein bisschen nach Kartoffeln? Amado riechst du nach Kartoffeln? Echt? Ich hab gerade meine Entchen gefüttert mit Kartoffeln. Du hast wie ein 3-jähriger. Das sieht man in seiner Story. Ey, diese Bucketests stehen richtig gut an. Sieht die scheiße aus. Passt doch hellblau jetzt gerade. Pink und so. Nice shrimp. Zeig mal einen Brick, wie es aussieht. Fuck. Nimmst du nicht reinsteigen. Nimmst du nicht reinsteigen? Nimmst du nicht reinsteigen? Doch, doch. Oh, das könnte ich mal groß genommen. Ja, ist jetzt noch so. So. Sechs Stunden. Mit Papa schon. Mit Papi. Mit Papi. Der arme Papa. Max. Jo, Max, wo bleibst du? Was soll das? Ich fahr jetzt Amas Auto von mir. Oder Micky. Micky, gib Ruhe. Wir kommen jetzt. Wir gehen essen. Ich bin ein guter Autofahrer, Amas. Ja, vertraust du mir? Ja, guck's an, ja. Ich fühl mich hier so wohl im Auto. Ey, uah. Geh klasse. Was geht, Mann? Ey, was geht, meine lieben Freunde, Mann? Ey, voll krass. Dein Auto? Äh, ey, uah. Autofahren? Warum? Vertraust du mir? Nein. Ist so krass. Ich fahr super Auto. Mama, wie war die Fahrt? War gut. Ich bin ein guter Autofahrer. Warum sagt ihr alle, das ist bodenlos? Das war doch normal. Guter Autofahrer. Kein Verkehr, niemand ist auf den Straßen. Guter Autofahrer. Ich merke, wie oft ich das Feedback bekomme, dass ich gut bin. Ähm, in den Briten, jörglosig. Hallo, du bist ein Türkei? Ja, ich bin Türkei. Willi, ist es nicht? Ist es nicht? Ist es nicht? Berlin, man lernt doch. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Woher ist es? Jörglosig. Jörglosig. Ja, danke. Du bist ein Türkei? Ja, danke. Du bist von Berlin? Nein, man kann ein Türkei in Berlin. Ja, okay. Ich habe im Kindergarten türkische Zähne genannt. Echt? Ja, gut. Lamm mit Joghurt. Nicht verkehrt. Lamm mit Joghurt. München. Mit Zwiebeln. Nicht verkehrt. Zwiebeln ist cool. Zwiebeln ist cool. Das ist rot. Das ist gestört. Okay. Nebenbei noch ein bisschen Diebtalks. Ja. Krasse Diebtalks. Richtig und richtig. Unsere Meinungen, muss man schon sagen, ist wie so eine... Jung und wild. Wir gehen alle eher. Wir gehen Hand in Hand. In die Hölle. In die Hölle geht ihr Hand in Hand. Und bei mir? Nee, nee. Wir gehen nach Thailand in Hand mit 10 Frauen. Das ist... Top. Eierknife. Wacht halt. Eierknife. Ich schmecke ja. So, Leute. Das ist das mit diesem Video. Macht euch jetzt einigermaßen gefallen. Lass auf jeden Fall ein Like da. Lass ein Abo da. Und wir tun uns im nächsten Video wiedersehen. Soll ich sie es mal ein bisschen anders formulieren? Cool, oder? Hat sich stark gesagt. Wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Wenn du dich weißt, will ich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kdn. Nach uns und was willst du mich drehen. Mit dem wir gehen kann ich wieder einbauen. Oh mein Gott. Ja.